Ja Leute und damit willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Underground. Ja, ich bin mal wieder in der neuen Aufnahmesession. Wie ihr seht, heute ist der 23. Dezember 2019. Meine letzte Aufnahmesession war am 3. November 2019, also vor mehr als 7 Wochen. Ja, in der Zwischenzeit hat sich auch ein bisschen was geändert an meinem Kanal, beziehungsweise an der Anzahl der Videos, die ich hochlade. Aber ja, darüber werde ich gleich noch etwas mehr reden. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit dem 1. Turnier. Wer zuerst kommt. Samantha. Genau. Main Street Construction, die Fakten, es gibt Leistungsupgrades, also gehe als Sieger, aus diesen 4-Runden-Drag-Turnier in Downtown hervor. Von José. 10.000 gibt's für schwer, so wie ich das sehe. Geld, heißt das dann? Ja, ne? Geld ist das. Müsste Geld sein. Ja, genau. Also, ähm... Ja, ich hab... Ähm... Ich habe... Ach, nö. Sagt nicht, meine Steuerung wurde zurückgesetzt. Ach, das gibt's ja nicht. So, Leute, neuer Versuch. Ich hab jetzt meine Steuerung wieder eingestellt. Ich weiß nicht genau, warum die zurückgesetzt wurde. Wahrscheinlich, weil... Weil... Okay, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren, mal wieder. Ich habe vorhin das Spiel gestartet, ohne den Controller angeschlossen zu haben. Ah, okay. Und das heißt, dann switcht das Spiel automatisch auf Tastatur um und aus irgendeinem Grund vergisst es dann die Steuerung, die ich für den Controller eingestellt hab. Also, äh, ja, deswegen muss ich das jetzt... Musste ich das neu einstellen, aber... Ist ja an sich nichts Schlimmes. So, wir sind jetzt letzter geworden, zwei Punkte. Da würde ich dann aber doch mal sagen, dass wir das Rennen neu starten. Denn da habe ich keine großen Erwartungen mehr. Was unseren Sieg angeht in diesem Turnier. Ja, das hast du gut gemacht, Kollege. Ach du, was zum Teufel. Okay. Freunde. Ich würde sagen, das starten wir auch nochmal neu. Also, ich muss mich hier echt wieder erstmal reinfinden. Das ist schon wieder so lange her, dass ich gezockt habe. Aber... Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. So. Okay, da hätte ich schon schalten können. Na gut. Rechts, rechts, rechts. Och, nö. Was war denn das? Da sind wir gerade rübergekommen noch, aber... Der Wagen wollte da trotzdem ein bisschen an der Wand entlang schlittern. Na gut. Also, wie ihr vielleicht gemerkt habt, kamen in den letzten... Ja, waren wahrscheinlich schon in den letzten Monaten, ne? Oder in den letzten Monaten, ich weiß jetzt nicht genau. Ja, ne, ist ja schon seit zwei Monaten jetzt für euch, glaube ich, der Fall. Weniger Videos auf meinem Kanal. Vorher kamen ja... Vorher kamen ja... Ach, schade. Vorher kamen ja jeden dritten Tag ein Video. Und inzwischen kommt nur noch jeden fünften Tag ein Video. Ähm, ja. Schlecht geschaltet? Hä? Ich hab gar nicht geschaltet. Oder stand da gestartet? Ah, er stand wahrscheinlich gestartet, ne? Schlecht gestartet. Ach so, okay. Da hätte ich lenken müssen. Gut zu wissen. Ich dachte, das macht er von selbst. Ja, rein neu starten. Ich will nicht letzter werden. Ja, genau. Ähm. Und, ja. Deswegen ist jetzt halt... Sind jetzt weniger Videos. Pro... Zeitraum halt... Werden veröffentlicht auf meinem Kanal. Aber... Ja. Ich meine... Das Real Life ist halt auch noch... Da. Und... Deswegen muss man da auch ein bisschen drauf achten. Dass man da nicht... Die Dinge vernachlässigt, die einem vielleicht doch... Ein ganz klein bisschen wichtig sind. Okay, wir sind diesmal Zweiter geworden. Haben jetzt Gesamtpunkte 12. Hm. Wenn wir das nächste Mal Erster werden... Und der Ward Zweiter... Kriegen wir 8. Er nur 6. Das heißt, haben wir 4... Mehr... Dann sollten wir Gleichstand haben. Also müssen wir jetzt nächstes Rennen Erster werden. An der nächsten der 4 Runden sogar, ne? Das war jetzt die... War das jetzt die zweite? Äh. Ich glaube schon. Ich habe nicht so genau darauf geachtet. Hier steht tatsächlich geschaltet. Das ist gesehen. Schlecht geschaltet. Obwohl ich überhaupt nicht geschaltet habe. Weil in den ersten Gang schalten wird ja... Macht er auch von selbst. So, ich habe jetzt tatsächlich mal runtergeschaltet. Weil ich da einfach... Ach komm schon. Mann, ey. Ich meine... Ich denke immer, dass er davon selber rüberlenken würde. Aber nee. Das klappt so nicht ganz. Minus. Ich habe sogar Minuspunkte bekommen. Na gut. So, aber wenn ich jetzt Erster werden sollte in diesem Rennen... Dann sollte ich das Turnier trotzdem noch gewinnen. Obwohl ich jetzt zwischendurch... Natürlich keine solche... Solchen tollen Platzierungen hatte. Ja gut, da hatte ich keine Chance. Das ist halt wirklich anspruchsvoll. Da kann man eigentlich nicht so wirklich währenddessen reden. Also ich zumindest nicht. Wenn andere Let's Player das können, dann... Äh... Ist das schön für sie, aber... Mir fällt es dann doch etwas schwer. Auch kaum schon. Ey, so knapp. Vor allem wie schnell man hier auch schalten muss. Jetzt inzwischen schon. Dadurch, dass mein Wagen so schnell ist. Ach, komm schon. Ey, ich habe fünfmal nach rechts gelenkt. Kann doch nicht sein, dass das nicht reicht. Ja, ich bin noch zwei Punkte hinter Ward, wäre ich jetzt. Deswegen müssen wir leider das Rennen neu starten. Schlecht geschaltet. Ich fahre jetzt mal rechts. Ja, macht er aber nicht. Ich wollte zumindest rechts fahren, aber... Hm. Oh, perfekt gestartet. Ach du Sche... Mann. Ey, was soll das denn? Da habe ich halt auch keine Chance, ne? Ja. Okay. Boah, ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht ewig viel brauchen. Schlecht geschaltet. Hä? Alter, schon wieder. Vielleicht hört er das sogar. Wie oft ich da rüber lenke. Nein. Jawohl. Gewonnen. So, das müsste jetzt aber auch reichen, oder? Oder habe ich mich da jetzt verkalkuliert? Ne, what? Ist sogar Dritter geworden. Uff, aber nur weil er Dritter geworden ist. Ist okay, wenn er jetzt Zweiter geworden wäre. Dann hätte ich ein Problem gehabt. Dann hätte er zwei Punkte mehr als ich gehabt. Gerade nochmal Glück gehabt. 3820. Aber wir haben ja noch ein Rennen. Freunde. Ach, man kann... Hä? Wieso stand dann eben da unten weiter? Ich bin jetzt... Konnte man das Turnier dann abbrechen? Wenn dann feststeht, dass man nicht mehr gewinnen kann, dann konnte man noch nicht mal weitermachen. Okay. Tja, der Erste ist über alle Berge. 28,33. Ja, und damit sind wir aber dennoch Erster, denn Ward ist diesmal nur Vierter geworden. Und somit haben wir tatsächlich den Gesamtsieg erreicht. 2044 Punkte gibt's dafür. Glückwunsch, 10.000 kommen auf dein Konto. Alter. Glückwunsch, hast du das folgende Leistungsupgrade freigeschaltet. Level 3 ECU und Einspritzsystem. Level 3 Turbo und Level 3 Bremse. Du hast freigeschaltet die Mainstreet-Construction-Dragstrecke-Reverse. Vielen Dank. So, und bevor ich das nächste Rennen starte, möchte ich noch auf den Wunsch einer meiner Zuschauer eingehen. Und zwar wurde sich gewünscht, dass ich doch mal mit dem Subaru Impreza fahren soll. Das war der, ne? Genau. Ich meine, ich habe ja jetzt schon den Nissan Skyline genommen, was ja auch ein echt guter Wagen ist. Aber man kann ja auch hin und wieder mal wechseln. Hier ist er. Subaru Impreza. Da kriege ich sogar 5.000 zurück, wenn ich mir den hole. Man kann auch mal gucken. Ja gut, also der ist halt bei Höchstgeschwindigkeit 2 Punkte schlechter. Und auch bei der Beschleunigung. Aber ja, ich finde als Ausnahme kann man den mal nehmen. Und ja, wir werden jetzt das eine oder andere Rennen mit dem fahren. Aber dann würde ich, glaube ich, auch wieder zurück wechseln. So, wir haben jetzt ein paar Rennen zur Auswahl. Rundkurs, Runde um Runde um Runde. Sprint hoch hinaus. Drag immer weiter. Und den Runden-K.O. Schürzenjäger. Okay, ich würde sagen, wir fangen wie immer auf der linken Seite an. Mach die Jungs in diesem 4-Runden-Rennen in Downtown alle und such dir ein paar neue Felgen aus. Ein paar neue Felgen. Ah, okay. Jetzt schalten wir die nächste Felgenstufe frei. Das würde ich mir jetzt so darunter vorstellen. Endlich mal wieder ein leichterer Spielmodus. Also Drag ist ja dann doch schon ziemlich anspruchsvoll. Also vor allem, wenn man das Spiel jetzt knapp zwei Monate nicht mehr gespielt hat. Das Rundkurs dann doch etwas angenehmer. So zum Reinkommen zumindest. Ja, wie sieht der Wagen so aus? Eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine, ich habe jetzt natürlich nichts am Tuning jetzt extra für den Wagen angepasst. Aber ich glaube, das sollte trotzdem einigermaßen in Ordnung sein. Ich möchte natürlich auch ein paar verschiedene Wagen hier in dem Let's Play gern zeigen. Und da bietet es sich natürlich an, auch den Subaru Impreza mal zu fahren. So, wir wurden schon vom ersten überholt. Vier Runden müssen wir hier fahren. So, wer ist denn das da vorne eigentlich? Er fährt im Integra. Spin ist das. Okay. Ja, also ich habe jetzt ewig nicht mehr aufgenommen. Ich habe ja, bevor ich die Videorate auf meinem Kanal verändert habe, relativ viel noch aufgenommen, weil ich da auch im Urlaub war. Und ja, also da hatte ich ziemlich viel Zeit zum Aufnehmen. Und ich hatte da auch noch nicht damit gerechnet, dass ich meine Videorate verringern würde. Oder hatte ich es noch nicht geplant, besser gesagt. Deswegen hatte ich dann sehr viel Videomaterial aufgenommen, was ich jetzt über die vergangenen Monate so nach und nach eben veröffentlicht habe, ohne was Neues aufzunehmen. Dadurch kam es natürlich auch dazu, dass ich jetzt sehr viel... Ja, also dass die Vorproduktionsdauer quasi ziemlich lang war, dass da sehr viel altes Material sozusagen erstmal online kam, was schon mehrere Monate alt war. Aber jetzt sollte es eigentlich wieder so sein wie vorher. Also ich werde dieses Video hier wahrscheinlich am Ende Januar veröffentlichen. Ende Januar 2020. Ähm, ja, genau. Und... Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob euch es eigentlich wichtig ist, dass quasi viele Videos kommen oder... ...ob euch das vielleicht gar nicht so wichtig ist, weil mir persönlich ist es ja so... ...dass ich, ähm, gar nicht mehr so viel Zeit habe, um YouTube-Videos zu schauen. Und deswegen, äh... ...ja, schaffe ich die meisten Videos gar nicht quasi, die ich in meiner Abo-Box habe. Und dadurch geraten die dann eher in Vergessenheit, einfach die, die ich dann nicht anschaue, als dass ich mir die dann später anschaue. Und deswegen wäre es für mich sogar des Öfteren ganz praktisch, wenn... ...leute gar nicht so viel hochladen würden. Aber, ja. Geht vielleicht auch nur mir so. Wie gesagt, ihr könnt mir ja mal schreiben. Ob ihr theoretisch gerne mehr Videos von mir sehen würdet, oder ob euch das so reicht, wie es ist. Aber es wird sich daran jetzt sowieso nichts ändern. Egal, was ihr jetzt daran, äh, da schreibt. Weil, ähm, ja. Ich hab das jetzt so festgelegt, wie es für mich persönlich am besten ist. Und, ähm, das heißt aber nicht, dass es so bleibt, aber... Ich nehme mal an, dass ich jetzt daran... ...erst mal nichts mehr verändern werde. So, und wir haben das Rennen gewonnen. Sind auch am Ende der Folge angekommen. Spin 1,3 Sekunden hinter uns. Takashi 3,1 Sekunde im Super. Und Jared 12 Sekunden im RSX. 8.188 Punkte gibt's dafür. Wir haben freigeschaltet Level 3 Vinyl Splash. Und 1.500 kommen auf unser Konto. Und tatsächlich, wir haben das folgende visuelle Upgrade freigeschaltet. Die Level 3 Felgen. Also, das höchste Level, ne? Wenn ich da korrekt informiert bin. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, ich weiß nicht, wollen wir den Wagen noch länger behalten? Können wir ja mal machen. Ähm, in der nächsten Folge können wir vielleicht noch das eine oder andere Rennen damit fahren. Was kommt denn als nächstes? Der Sprint hoch hinaus. Okay. Achso, wir können noch den Text uns durchlesen. Klettere auf Platz 4 der Rangliste. Unterschätze niemanden in diesem Rennen. Alle sind genauso heiß auf den Sieg wie du. Stimmt. Die Rangliste. Da sind wir momentan auf Platz 5 überall. Tatsächlich. Okay. Und als nächstes geht's dann tatsächlich auf Platz 4. Beim Sprint. Wen haben wir gerade vor uns? Die schon. Beim Rundkurs ist es Tanaka, beim Drag Ishi und beim Drifter Fisch. Alles klar, okay. Dann bedanke ich mich fürs Ansehen. Ich hoffe, ihr habt den Spaß beim Zusehen. Bill, wer hat nicht vergessen. Also dann, bis zur nächsten Folge von LitoSuite Underground und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.